Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Partnerschaftsthemen sind auch im August für euch großgeschrieben. Der Neumond fällt in euer Partnerhaus und bringt neue Begegnungen. Der Vollmond beleuchtet bei den Festliierten die Beziehung. Falls ihr noch nicht in Urlaub wart, sind auch die Reisesterne sehr schön, denn vorausgesetzt ihr überzieht euer Urlaubsbudget nicht. Die Konstellationen sind für euch ziemlich aufregend. Falls ihr also eine Beratung für euch persönlich braucht, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Im August gibt es ein sehr wichtiges kosmisches Ereignis für euch. Die Lilith geht nämlich in den Wassermann. Dazu habe ich ein ausführliches neues Video-Special produziert und ich verlose in diesem Monat eine spezielle Lilith-Beratung. Das ist für euch sehr wichtig und sehr spannend und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Jetzt schauen wir uns die Tendenzen für den August an. Die Deutung der langfristigen Planeten und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen. Diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop und es gibt es als Video und auch als Buch zum Nachlesen. Und weil das halbe Jahr jetzt um ist, könnt ihr das Buch jetzt auch zum halben Preis nochmal erwerben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Im August spielen sich viele wichtige Konstellationen bei euch auf der Beziehungsachse ab. Der Mars ist weiterhin rückläufig in eurem eigenen Zeichen. Er steht jetzt ganz vorne in der ersten Dekade und bildet eine Spannung zu eurem Herrscher Uranus. Bitte passt deswegen gut auf euch auf und verzichtet auf riskante Aktionen, besonders wenn ihr in den ersten Tagen des Wassermannzeichens Geburtstag habt. Gegenüber im Partnerhaus steht die Sonne im Löwen zusammen mit dem Mondknoten und dem rückläufigen Merkur. Das bedeutet, in Beziehungsangelegenheiten steht ihr gewissermaßen auf Gas und Bremse gleichzeitig. Ihr wollt etwas unternehmen und wünscht euch, dass mehr Bewegung in eine Sache reinkommt, aber es ist leider so, als würdet ihr im Stau stehen und nicht recht vorankommen. Versucht euch nicht aufzuregen, denn das nützt nichts und damit bringt ihr nichts voran. Auf der anderen Seite bildet nun euer Herrscher Uranus für die nächsten zwei Monate einen sehr schönen konstruktiven Aspekt hier zu Saturn und dadurch könnt ihr auf der persönlichen und spirituellen Ebene Fortschritte machen. Vielleicht gerade, weil ihr durch diese Blockadesituationen etwas für euch persönlich dazulernt und versteht. Auch beruflich läuft es für viele Wassermanngeborene im August prima. In der ersten Monatswoche könnt ihr sogar euren Vorgesetzten mal auf eine Gehaltserhöhung ansprechen. Ab dem 6. August zeigt dann Lilith eine zusätzliche Herausforderung an, denn sie wird in euer Zeichen gehen und sich gleich als erstes mit dem Mars treffen. Dadurch könntet ihr versucht sein, eine Partnerschaft zu beenden, weil ihr denkt, mehr persönliche Freiheit bringt die Lösung aller Probleme. Oder ihr stürzt euch in eine neue Affäre, weil das von euren Beziehungsproblemen ablenkt. Aber spontane Aktionen können zu noch mehr Schwierigkeiten führen, deswegen seid da bitte vorsichtig. Ihr könnt auch einfach mal um Verständnis bitten, dass ihr mal ein paar Tage für euch selbst braucht. Ab dem 11. August entspannt sich die Lage und ihr seht das Ganze vielleicht schon wieder anders. Die Lilith wird allerdings noch für neun Monate durch euer Zeichen wandern und ihr wünscht euch dann mehr Freiraum in euren Beziehungen. Alles zu dieser wichtigen Konstellation und wie sich die Energie von Lilith in eurem Sternzeichen auswirkt, erfahrt ihr in meinem neuen Videospecial Kreativ, wild und frei Lilith im Wassermann. Am 7. August wechselt die Venus in die Waage und bildet dann, hier ist es, bildet dann bis zum 9. September einen angenehmen und förderlichen Aspekt zu eurer Sonne. Das sind auch gute Zeiten, um zu verreisen oder wenn ihr euch ein schönes Seminar oder einen Hobbykurs gönnen wollt und vielleicht auch um ein bisschen Abstand von häuslichen Problemen zu gewinnen. Nur euer Urlaubsbudget dürft ihr dabei nicht überziehen, denn die Venus bildet ein paar schwierige Finanzaspekte und zwar zunächst vom 7. bis zum 11. August und und danach nochmal gegen Ende des Monats. Am 11. August haben wir dann den Neumond im Zeichen Löwe. Das ist dann auch nochmal eine partielle Sonnenfinsternis und der fällt in euer siebtes Haus der Partnerschaft und der Begegnung. Für die Neumond-Meditation eignet sich also das Thema Partnerschaft. Wie soll es für euch weitergehen? Sucht ihr einen Neuanfang oder wollt ihr etwas zu Ende bringen? Und wenn ihr noch Solo seid, was wünscht ihr euch von einer neuen Partnerschaft und welcher Art Leute möchtet ihr am liebsten begegnen? Weil der rückläufige Merkur auch dabei steht, behaltet eure Wünsche erstmal für euch. Am 13. August geht der Mars zurück ins Zeichen Steinbock. Das bedeutet ein gewisses Aufatmen für die Geborenen der ersten Dekade, die wahrscheinlich deutlich spüren, wie die Spannung nachlässt. Am 19. wird dann der Merkur wieder direktläufig und dann könnt ihr eure Wünsche und Vorstellungen bezüglich eurer Partnerschaft ansprechen und ihr fühlt euch wieder mehr verstanden. Am 23. August morgens um 6.08 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau und aktiviert dann für die kommenden vier Wochen das achte Sonnenhaus eures Horoskops und da geht es um vertraute Beziehungen und Verbindlichkeiten. Bis zum Monatsende habt ihr dann sehr schöne Sterne, um mit eurer Familie oder auch Wahlfamilie enger zusammenzurücken. Wenn ihr spirituell arbeitet, ist es eine Zeit tiefer Erkenntnisse und neuer Impulse für eure magische Arbeit. Ihr könnt zum Beispiel am Vollmond am Sonntag, den 26. August, ein schönes Ritual planen und das ist auch geeignet, um den Kosmos bei finanziellen Angelegenheiten um Hilfe zu bitten. Wobei ihr im August auch ganz bodenständig durch eure beruflichen Leistungen gute Umsätze machen könnt. Allerdings gibt es zwischen dem 23. und 28. August nochmal einen schwierigen Venus-Aspekt. Das habe ich ja anfangs schon erwähnt. Passt denn derzeit bitte auf, dass ihr nicht in eurem Urlaub oder durch ein teures Seminar mehr Geld ausgebt, als euch gut tut und auch, dass ihr nicht auf Betrüger hereinfallt. Am 27. August wird dann der Mars endlich wieder direktläufig. Er befindet sich dann noch im Steinbock und wird ab dem 11. September im Vorwärtsgang wieder durch euer Zeichen laufen. Dann bemerkt ihr, wie euer Schwung und eure Energie steigen und wie in festgefahrene Angelegenheiten und Projekte wieder Bewegung reinkommt. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Roskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Hoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Hoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.